Wenn ein CSU-Mitglied nachts um drei geweckt werden sollte, ich glaube, ich wäre sogar wach, dann weiß er, dass es drei Leistungen gibt, die es in keinem anderen Bundesland gibt. Wir sind das einzige und erste und im Moment auch letzte Bundesland, in dem es ein Familiengeld, in dem es ein Pflegegeld und eine kostenfreie Meisterausbildung gibt. Das ist nur Bayern, liebe Freunde. Das ist nur die CSU.